Mein Vater kommt mir immer mal wieder mit der Seele, wenn es um Psychologie geht, wegen Psyche, Worterkunft und so. Die Seele ist out in der Psychologie, nicht mehr aktuell. Erleben und Verhalten, das ist Psychologie, die Lehre vom Erleben und Verhalten. Und wir schawenzeln bei diesem Thema irgendwo im Bereich zwischen Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaft umher, Wissenschaft aber auf jeden Fall und als eine wissenschaftliche Disziplin verwendet die Psychologie eine bestimmte Herangehensweise oder Methode, um Antworten auf Fragen zu finden oder Lösungen für Probleme. Psychologische Fragestellungen könnten zum Beispiel sein, kriegen intelligentere Schüler bessere Noten, beeinträchtigt eine Traumatisierung in den ersten Lebensjahren das psychische Befinden im Alter von 30, bin ich für die Arbeit als Krankenpfleger geeignet, unterscheidet sich das Antwortverhalten der Probanden auf einer 5-stufigen Skala von dem auf einer 7-stufigen Skala, wie wahrscheinlich ist es, dass Peter eine weitere Straftat begeht, wenn er entlassen wird und da kann man jetzt intuitiv rangehen mit sowas wie Menschenkenntnis à la Peter, den kenne ich, der tut nichts, ist ganz harmlos. Oder auch quasi demokratisch von wegen, wir haben 100 Leute befragt, wird Peter wieder straffällig werden? 62% sagen nein. Wissenschaft geht da anders ran, nämlich mit den drei Prinzipien Systematik, Logik und Falsifikation. Systematik, Logik, Falsifikation. Logik dürfte soweit klar sein, wenn vielleicht auch eine unterschätzte Fähigkeit, weil die formale Logik in mancherlei Hinsicht anders funktioniert als unsere Alltagslogik. Wenn ich zum Beispiel sage, Frauen gehören in die Küche, muss das formal gesehen keine sexistische Aussage sein, weil sie nichts darüber enthält, was ich von Männern denke. Könnte ja sein, dass ich genauso denke, dass Männer in die Küche gehören, dann wäre meine ursprüngliche Behauptung zwar wenig aussagekräftig, aber eben nicht sexistisch. Systematik macht den Unterschied, wenn ich zum Beispiel in einem Bücherregal nach einem Buch suche und links oben anfange und mich nach rechts unten durcharbeite, anstatt wahllos irgendwo rumzustöbern. Klar kann ich auch in Regalteilabschnitt 4b anfangen und nach irgendeinem lustigen, selbst ausgedachten System vorgehen, aber überhaupt eins zu haben und sich Gedanken darüber zu machen, das ist schon mal praktisch, denn sonst gucke ich nachher dasselbe Buch dreimal an, ohne zu finden, was ich suche. Und Falsifikation meint den Ansatz, den Wissensschatz zu erweitern, indem Wissenschaftler Hinweise dafür suchen, dass Theorien und Hypothesen falsch sind. Das ist eine ganz zentrale Sache. Die Richtigkeit, eine Theorie zu beweisen, ist streng genommen nicht möglich. Wenn du zum Beispiel denkst, dass alle Raben schwarz sind, genügt ein weißer Rabe, um diese Annahme zu stürzen. Auf der anderen Seite bräuchte es Allwissenheit, also die Gewissheit, alle Raben im gesamten Kosmos untersucht zu haben, um die Hypothese im positiven Sinne beweisen zu können. Und es gibt weiße Raben übrigens. Am Ende eines psychologischen Experiments kann das Ergebnis entweder sein, meine ursprüngliche Vermutung ist falsch, oder ich behalte meine ursprüngliche Vermutung bei. Und bei Letzterem denkt man dann immer mit, solange ich noch nicht herausgefunden habe, warum und unter welchen Umständen sie falsch ist. Es ist nicht unwissenschaftlich zu raten, wie sich Dinge verhalten, daraus konkrete Hypothesen abzuleiten oder von Wahrscheinlichkeiten zu sprechen. Ist aber dann wichtig, die Dinge auch als solche zu benennen. Es ist sehr wohl unwissenschaftlich, von absoluten Gewissheiten zu reden, an Theorien festzuhalten, die einfach nicht mit der Realität übereinstimmen oder Vermutungen als gesicherter darzustellen, als sie sind. Beispiel, stell dir vor, du kommst vom Mars und beschäftigst dich zum ersten Mal mit einem Phänomen, das du aufs Gerate wohl Milch nennst. Ja, du beobachtest ein bisschen und schreibst diesem Phänomen dann unter anderem die Eigenschaften weiß und flüssig zu. Kriegst nach Hause, kommst zwei Monate später zurück und siehst, dass Milch nicht mehr so richtig weiß und flüssig ist. Völlig trivial, ne? Punkt ist, bei den Dingen, mit denen wir uns auskennen, wissen wir auch immer mit, wie verändert sich das über die Zeit und unter welchen Umständen gilt das. Und in Bereichen, wo wir das nicht wissen, müssen wir eben erstmal mit einem geradezu schmerzhaft peniblen Vorgehen dieses Wissen Stück für Stück in einem Trial-and-Error-Wechselspiel mit der Realität sammeln. Manchmal kommt es vor, dass sehr attraktive Menschen anfangen zu sprechen. Und dann kann es mitunter passieren, dass sich ein leichtes Gefühl der Enttäuschung meldet, weil die Erwartungen irgendwie anders waren, als die Realität sich nun darstellt. Es gibt solche Eigenschaften, die uns dazu verleiten, jemandem auch gleich einen Haufen anderer Charakterzüge zuzuschreiben. Wer schön ist, muss auch nett und offen sein. Wer warm ist, muss auch großzügig und einfühlsam sein. Wer groß ist, muss auch kompetent sein. Man nennt dieses Überstrahlen einer Eigenschaft auf andere Facetten der Persönlichkeit, die wenig mit der ursprünglichen Eigenschaft zu tun haben, Halo-Effekt. Das Wort Halo kommt aus dem Englischen und bezeichnet den Lichthof einer Lampe oder den Lichtring um den Mond. In einer klassischen Studie dazu hat man einen Gastrozenten in einen Hörsaal voller Studierender geschickt und ihn eine Diskussion leiten lassen. Kurz vorher hatten die Studenten einen Steckbrief mit ein paar Infos über den Gastdozenten bekommen und kurz nach der Diskussion sollten sie ihre Einschätzung bezüglich seiner Kompetenz und Facetten seines Charakters mithilfe eines Fragebogens abgeben. Was die Studenten nicht wussten, war, dass die eine Hälfte von ihnen einen anderen Steckbrief bekommen hatte als die andere Hälfte. In 50% der Steckbriefe wurde der Dozent als eher kalte Person beschrieben, in den restlichen 50% als eher warm. Und es stellte sich heraus, dass die Studierenden in der warmen Gruppe sich wesentlich mehr an der Diskussion beteiligten und dass sie darüber hinaus den Dozenten noch positiver einschätzten. Psychologen mit der wissenschaftlichen Methode als Grundgerüst beschäftigen sich viel mit der Frage, wie kann ich das messen, worum immer es auch geht. Wir nennen die Messbarmachung von Konstrukten wie Intelligenz, Extraversion oder Gewaltbereitschaft Operationalisierung. Es wird ja viel mit standardisierten Tests oder Fragebögen gearbeitet und Operationalisierung meint die konkrete Frage im Bogen. Zum Beispiel könnte gewaltbereit bedeuten, dass jemand die Frage, wären sie bereit sich zu wehren, wenn jemand in ihr Haus einbrechen und ihre Familie bedrohen würde, mit Ja beantwortet. Genauso gut kann die Zuschreibung von Gewaltbereitschaft Ergebnis der Beobachtung sein, dass ein Schüler im Verlauf eines Schultages fünf anderen Schülern in die Magengruben geschlagen hat. Im Alltag relevanter als die Frage, wie kann ich das messen, ist die umgekehrte Fähigkeit, wissenschaftliche Ergebnisse beurteilen zu können. Also zu wissen, was ich schlussfolgern kann, wenn etwas so und so gemessen wurde und das und das dabei herauskam. Wir befinden uns dabei im Brückenbereich zwischen dem Experimentallabor im Forschungsinstitut oder in der Uni und Otto Normalverbraucher, der beim Pendeln zur Arbeit die Zeitung seiner Wahl durchblättert und aufgrund weist weniger Infobits entscheidet, inwiefern ihn das jetzt kratzt, was die Psychologen da wieder herausgefunden zu haben meinen. Und ähnlich wie bei der Flüsterpost ist es oft haarsträubend, wie Wissen sich auf dem Weg über diese Brücke verändern kann. Brücken, Tücken gibt es einige, ich nenne mal einfach zwei, die ich für besonders wichtig halte. Das ist erstens der Signifikanzhunger der wissenschaftlichen Gemeinschaft, der sich in einer Veröffentlichungsverzerrung niederschlägt. Nehmen wir an, ich entwickle eine neue Therapieform. Ich lasse meine Probanden jeden Tag fünf Minuten lang in einem bestimmten Rhythmus auf ihre Schläfen tippen und am Ende geht es allen wesentlich besser. Krass, ne? Artikelüberschrift, Wirksamkeit der Schläfen, Tipptherapie und Implikationen für den therapeutischen Alltag, Schlagzeile, deutsche Psychologe entdeckt, Universalheilung für psychisches Leiden, bla bla bla. Nullbefunde, also Studien, in denen sozusagen nichts rauskommt, werden dahingegen seltener veröffentlicht. Das Problem ist, dass Ergebnisse nicht dadurch umso wichtiger werden, dass sie inhaltlich interessant, wahnbrechend oder spektakulär sind. Das Gewicht eines Ergebnisses speist sich einzig und allein aus der methodischen Reinheit der Studie. Wenn eine saubere Studie rausfindet, dass eine neue Therapieform keinen Mehrwert gegenüber den alten hat, ist das ein Beitrag. Wenn eine unsaubere Studie etwas Wegweisendes entdeckt, ist das kein Beitrag. Die zweite Tücke, die ich erwähnen möchte, hat mit etwas zu tun, dass Augenschein-Validität genannt wird. Psychologisches Wissen ist letztlich dazu gedacht, vermittelt über ein besseres Verständnis menschlichen Erlebens und Verhaltens, die Lebensqualität von allen zu erhöhen. Was dem im Wege steht, ist manchmal einfach der schlichte Unglaube. Psychologie stellt fest, dass Frauen und Männer sich gleichermaßen vor allem dann ein zweites Date wünschen, wenn sie ihren Partner vom ersten Date physisch attraktiv finden. Frau Müller sagt dazu, das glaube ich nicht, Frauen sind nicht so oberflächlich. Damit lässt sich dann einfach nicht mehr streiten. Noch ein Beispiel, in der Personalauswahl schallt ein Instrument, besonders gut zu funktionieren, ein Test der allgemeinen Intelligenz. Ein IQ-Test sagt mit am besten die Leistung des Mitarbeiters zwei Jahre später, beurteilt durch den direkten Vorgesetzten vorher und ist darüber hinaus auch noch unkompliziert durchführbar. Wieso also die ganzen Assessment Center und Referenzen und Bewerbungsschreibungen und Vorstellungsgespräche? Weil sie augenscheinvalide sind. Personaler und Bewerber haben das Gefühl, den Eindruck, die Überzeugung, dass sie mit diesen Methoden am besten und fairesten die Eignung abschätzen können. Ob Ergebnisse augenscheinvalide sind oder im Gegenteil kontraintuitiv, also unserer Intuition widersprechen, hat nichts damit zu tun, ob sie wahr sind, ob die Welt sich tatsächlich so verhält. Weil ich von mir selbst und von vielen Mittelwerten aus Studien weiß, dass Menschen oft dazu tendieren, Informationen wahr und ernst zu nehmen, die dem bereits bestehenden Welt- und Selbstbild entsprechen, halte ich es im Lichte meiner persönlichen Weiterentwicklung für hilfreich, gerade den kontraintuitiven Ergebnissen nachzuspüren, ganz im Sinne der Falsifikation. Vielen Dank.